Hallo alle, schön, dass ihr wieder zu mir gefunden habt. Ich zeige euch heute, wie ich diese mega coole Halloween-Torte gemacht habe. Sie ist einfacher als ihr denkt und das werdet ihr jetzt gleich auch sehen. Ich habe damit angefangen, dass ich mir Masatecino eingefärbt habe mit der Farbe, ich glaube Elfenbein heißt die von Patti Versand, so einen Cremefarben, einfach weil ich so eine leichte Hautfarbe haben wollte und kein flaches Weiß. Das Ganze rolle ich mir jetzt aus und gebe das dann jetzt gleich auf meine Torte, offensichtlich ganz normal eingeschlagen. Wenn ihr Fragen habt, wie man Torten am besten einschlagt, dann klickt einfach mal oben auf den Link, dann werdet ihr weitergeleitet und da gehe ich dann genauer darauf ein, worauf ich achte, wenn ich das mache. Worauf ich euch jetzt hier auch noch hinaus aufmerksam machen möchte, ist, dass, ihr habt ja gerade gesehen, dass meine Torte in Ganache eingestrichen ist und das würde ich euch auch wirklich ans Herz legen, dass wenn ihr sowas vorhabt, dass ihr das Ganze dann mit Ganache als Untergrund macht, einfach weil Ganache ja eine viel trockenere Konsistenz hat, wenn das Ganze schön durchgekühlt ist und fest geworden ist als zum Beispiel Buttercreme. Mit Buttercreme wäre das eine absolute Matscherei, deswegen, wenn ihr das macht, macht das am besten mit Ganache. Das ist viel trockener und viel, ihr seht jetzt gleich, wie ich das meine und warum das auch wirklich besser so ist. Fangen wir mit der eigentlichen Torte, mit dem eigentlichen Motiv an und das ist die erste Farbschicht und die Textur geben. Und dafür habe ich mir zwei Pulverfarben gekauft, einmal so ein Rostrot und einmal so eine Art Weinrot, so ein lilariges Rot, also es sind auf jeden Fall beides so dunkle Rottöne. Und damit arbeiten wir jetzt trocken, das heißt, ich habe mir da so einen fluffigen Pinsel genommen, das war ursprünglich mal ein, oder es ist eigentlich ein Lidschattenpinsel, aber den habe ich schon ganz lange zweckentfremdet und der dient jetzt für mich einfach für die Torte. Und wie ihr da seht, nehme ich mir zuerst das Rostrot und alles, was ich mache, ist, dass ich mir mit der Farbe so Streifen auftupfe. Und das mache ich ganz, ganz ungleichmäßig und unregelmäßig. Ihr könnt sehen, dass die drei Striche alle ungleichmäßig dick und lang sind sozusagen. Der eine ist ja auch ein bisschen dunkler, der andere ist ein bisschen heller. Das Einzige, worauf ich achte, ist, dass die unten ein bisschen heller auslaufen sozusagen. Also, dass ich mir nicht die komplette Torte damit einmal komplett durchstrafiere, sondern das leicht ausläuft, einfach an einem Ende der beiden, oder der vier Streifen. Das ist so das, worauf ich euch auf jeden Fall hinweisen wollte. Was ich auch noch gemacht habe, die Farben sehen an sich relativ gleich aus, geben aber trotzdem relativ viel Tiefe, wenn ihr die zusammen benutzt oder wenn ihr irgendwas anderes, dunkles Rotes benutzt. Deswegen empfehle ich euch auf jeden Fall hier auch, zwei verschiedene Rottöne zu nehmen. Das gibt einfach mehr Tiefe fürs Auge. So. Okay. Dann kommt der eigentliche, so der spaßige Teil meiner Meinung nach, und das ist einfach den Fondant aufzuschneiden. Und ich habe da mein Skalpell benutzt. Ihr könnt das aber auch mit einem ganz normalen spitzen Messer sozusagen machen. Und ihr solltet das auf jeden Fall nicht gerade runterschneiden, sondern in so einer leichten Zickzack-Bewegung, ein bisschen wackeln, ein bisschen hin und her, dass es ein ganz, ganz unsauberer Schnitt wird. Und dann geht ihr rein, am besten mit euren Fingern. Wenn ihr das nicht so gut findet, dann könnt ihr auch ein Modellierwerkzeug dafür nehmen. Auf jeden Fall geht ihr dann in diesen Schnitt rein und dünnt mit euren Fingern, also zwischen eurem Daumen und eurem Zeigefinger, dünnt ihr den Fondant aus und macht, dass der ganz unregelmäßig und ganz, ganz unsauber aussieht und bröselt das sozusagen einfach nur auf. Ich kann mich nicht richtig erklären, aber ihr seht, glaube ich, worauf ich hinaus möchte. Also schaut einfach, dass das ganz unsauber aussieht und ganz aufgekratzt und unregelmäßig und einfach, ja. Ihr müsst es einfach mal probieren. Wenn ihr so den ersten Kratzer offen habt, dann merkt ihr auf jeden Fall, wie das Ganze am besten funktioniert. Das ist super, super einfach. Das Gute ist ja wirklich, dass das hier extrem unregelmäßig aussehen muss, um halt wirklich echt auszusehen. Von daher, wenn ihr den ersten nicht so gut macht, könnt ihr natürlich erstmal ein bisschen weitermachen und am Ende könnt ihr auch nochmal dann zum Ersten hingehen und das Ganze auch nochmal ein bisschen ausbessern und beziehungsweise verschlimmern sozusagen. Hier seht ihr jetzt, warum Ganache die bessere Wahl war. Einfach, weil mein Fondant relativ trocken und getrennt auf der Ganache-Schicht draufliegt und ich dadurch super, super leicht den Fondant wieder so ein bisschen aufarbeiten kann, ohne dass der mir komplett zum Beispiel an meiner Buttercreme kleben würde und alles so eine fettige Schicht wird. Kommen wir zur zweiten Farbschicht. Und zwar benutze ich dafür Putty-Versand in, ich glaube, Perlweiß stand da gerade. Einfach eine weiße Lebensmittelfarbe, die würde ich euch ans Herz legen. Und was ich da benutze, ist Wilton in Rot einfach nur. Und das Erste, was ich jetzt da mache, ist mir mit einem Zahnstocher einen relativ großen Klumpen Weiß sozusagen rausnehme und auch einen relativ großen Klumpen von dem Rot rausnehme. Und was ich jetzt gleich auch noch mache, ist, dass ich mir da so ein bisschen, ich glaube, die Farbe heißt Teddybärbraun, einfach irgend so was bräunlicheres noch dazu hole Wie gesagt, viele Farben geben einfach mehr Farbtiefe und mehr optische Herausforderungen sozusagen. Ich hoffe, das ergibt es dann, wie ich euch das erkläre. Ich nehme mir da jetzt wieder einen kleinen Pinsel und verteile oder vermische mir die Farben so ein bisschen. Lass das aber ruhig gerne ein bisschen marmoriert. Also ihr könnt sehen, die eine Seite ist ein bisschen heller, die andere ein bisschen dunkler. Das ist alles gar kein Problem. Wie gesagt, Unregelmäßigkeit ist hier so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg. Ich gehe mit meinem Pinsel, mit meinem relativ festen Pinsel, gehe ich jetzt in diese Schnitte rein, die wir gerade gemacht haben und male damit unten den Ganache-Untergrund sozusagen ein bisschen rot-braun an. Und diese offenen Schnitte, da wo die Pulverfarbe eben nicht hingekommen ist, das versuche ich jetzt mit meiner Pastenfarbe so ein bisschen nachzupinseln. Einfach damit wir nicht zwischendurch auf einmal so eine helle Schicht Fondant haben, obwohl die eigentlich ja blutig rot sein müsste. Ich habe das Gefühl, ich kann euch das gar nicht richtig erklären. Ihr seht ja ungefähr, was ich mache. Und ihr seht ja, wie unregelmäßig und unsauber ich sozusagen arbeite. Ja, das heißt, ich habe das einmal bei allen Vieren durchgemacht und die Farbe habe ich mir dann auch erstmal nochmal auf Seite gelegt, weil da habe ich noch ein bisschen was von gebraucht, aber das seht ihr jetzt gleich auch. Aber ansonsten pinseln, pinseln, pinseln. Wenn ihr nicht möchtet, dass eure Finger dabei dreckig werden, dann zieht euch auf jeden Fall Plastikhandschuhe an. Gleich wird es nämlich noch schlimmer. Ja, okay. Dann kommen wir zur dritten Farbschicht. Und das ist so meiner Meinung nach die, die am meisten Spaß macht. Und dafür braucht ihr Pipingel, also so eine Art Tortengelee, Tortenguss. Die verträgt sich mit Fondant. Ganz, ganz wichtig. Ich benutze dafür jetzt einfach so zwei Teelöffel oder so. Also gar nicht, gar nicht viel. Das verrühre ich mir einmal eben cremig. Mein Pipingel ist von Wilton. Das kriegt ihr, glaube ich, mittlerweile in jedem Tortensupply-Laden. Ich glaube, das sollte kein Problem sein. Mein Pipingel färbe ich mir jetzt wieder ein mit diesem Teddybärbraun und mit Wilton in Rot. Und was ich jetzt auch noch dazu gebe, ist meine Pulverfarbe in diesem Rost. Ich möchte, dass das so ein bisschen... Also ich möchte erstens nicht, dass die Farbe klar aussieht, sozusagen. Also dass das ein klares Rotbraun wird, sondern ich möchte, dass die Farbe so ein bisschen dreckig und nicht durchsichtig ist, sozusagen. Deswegen gebe ich die Pulverfarbe dazu. Und wie gesagt, auch wieder hier mehr Farben geben so eine... geben mehr Farbtiefe, sozusagen. Ich hoffe, ihr versteht wirklich, was ich meine, aber ich denke, man sieht so ein bisschen, worauf ich hinaus möchte. Ich nehme jetzt dieses Glanzgel, sozusagen. Also dieses gefärbte Pipingel. Damit gehe ich jetzt nochmal in alle vier von diesen aufgekratzten Schlitzen rein und pinsel damit nochmal alles an. Das ist jetzt für mich so der Schritt, wo ich möchte, dass es halt auch wirklich blutig aussieht, frisch aufgekratzt aussieht. Die zweite Farbschicht, die wir davor aufgetragen haben, die war für mich eher dafür da, nochmal die helleren Fondantstücke ein bisschen nachzufärben, weil wir da ja nicht mit dem Pulver am Anfang hingekommen sind. Und einfach, um den Fondant unten drunter auch anzumalen. Ihr müsst jetzt nicht beide Schritte machen. Ihr könntet auch zum Beispiel nur diesen Schritt machen und den Schritt davor weglassen. Ich fand aber auf jeden Fall, dass mein Endergebnis super war. Von daher, ja, jedem selber überlassen. Aber da pinsel ich auch einfach nur mit meiner Farbe einmal so ganz unsauber durch. Und dann kommen wir zum letzten Schritt, zu den Blutspritzern. Die haben am meisten Spaß gemacht, aber die waren auch, die waren ganz große Matscherei. Und zwar habe ich da für meinen Pipingel, was ich jetzt noch über hatte, mir mit ein bisschen Wasser verdünnt. Und jetzt nehme ich mir da so einen relativ steifen Pinsel. Und die Technik kennt ihr bestimmt noch alle aus dem Kindergarten. Das macht man normalerweise mit Zahnbürsten. Und mit Zahnbürsten wäre das auf jeden Fall auch einfacher, aber ich habe keine in der Backstube. Deswegen muss ich jetzt diesen Pinsel nehmen. Aber ihr tunkt einfach den Pinsel in diese relativ flüssige Farbe jetzt ein und flittet dann damit so über die Torte. Ich kann es euch nicht richtig erklären, aber solange ihr da so Farbspritzer ganz unregelmäßige drauf bekommt, seid ihr auf jeden Fall auf einem guten Weg. Und eure Finger werden danach ziemlich, ziemlich bunt sein, aber das Ergebnis wird, wie ihr sehen könnt, der Kracher. Und, was habe ich euch gesagt? Super einfach, oder? Lasst mir einen Daumen da, wenn euch das gefallen hat und eure ganzen Reaktionen, wie ihr das findet, weil ich bin total begeistert von der Torte. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn mich die noch nicht Abonnenten abonnieren. Wenn ihr Fragen haben solltet, schreibt mir die unten in die Kommentare und ich versuche so schnell wie möglich darauf zurückzukommen. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut, meine Lieben!